ja leute auf die frage wegen katzenwelsen was haben wir denn hier amerikan catfish auch genauso fett wie der hier gebissen hat er auf eine forelle in der packung die erfolgsmontage wie so oft schön zuverlässig gegriffen hier in der eck den großen habe ich jetzt schon raus und wieder mr ballerook es hat gegriffen wieder in der falte drin drüben kleine hingen auch und wie gesagt guck dahin was die jetzt auskotzen dickes petriari